hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin natürlich auf die art machen ticket und heute habe ich das spiel mal wieder nova empire jetzt mal schnell starten ok die ong brauchen wir jetzt nicht die zeichen brauchen wir nicht den zorn brauchen wir und vollbild brauchen wir jetzt kann es losgehen verbinden verbinden ok dorky ach so dass die liste fliegen durch den hübraum ich fand ja wir sind ziemlich weit gekommen mit dem aufbau erstmal war ich ja nur gucken wie was wo ist genau immer nur nicht ganz durch gestiegen habe auch gestern nicht mehr weiter gespielt gehabt und danach der aufbau ging eigentlich relativ fix aber ist ja meistens bei solchen spielen der klasse man minuten geschenkt dann ist es schnell aufbauen ok da geht es jetzt mal aus einladen eingang was schweigerei da ist noch was erfolge gut jetzt habe ich da die tägliche schon abgeschlossen da ist noch ein roter punkt da ist ein geschenk da ist noch ein roter punkt da ist noch ein roter punkt okay okay da ist drei kisten jeder durch okay jetzt haben wir das sollte auch erforschen Hm. 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 Und nun blinkt. Gut. Und hier ist ein gelber Punkt. Wir sind da. Okay. Komm Station. Gehen wir zurück. Was werden wir jetzt machen? Wir gehen auf die tägliche Quest. Wir werden Monatskarte kaufen, kaufen. Nein, kaufen machen wir nicht. Legionsmission. Das sieht doch schon mal fett aus, oder? Und hier bin ich aber stolz. Ja. 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 abbauen 10.000 okay wir müssen mal wieder was abbauen da ist herz jetzt habe ich 632.000 ich brauch die diamante hier ist auch das sind das ist auch herz glaube ich, oder? ein sammel das dauert wieder den ganzen tag dann schaust du die nächste tagesquests an da sind wir dran da sind wir dran, Mineralien abbauen gefechte drei gefechte führen wenn ich den hier wenn ich den hier anklicke zurück jetzt bin ich in einem anderen Universum da bin ich da bin ich eintreten okay ich bin wie das Haus in meinem Universum weiter machen wir es gleich erst mal machen wir erst mal was anderes rekruten prüfen forschen wo finde ich rekruten? hier das ist Allianz gegenstände top dann hier vom dr 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Posteingang, probier auch nicht, mehr, Eventhandbuch, ok, das ist klar, Events, geh weg, schau ich das, ja, Neuigkeiten, Center für Schiffentwürfe, Skin anmelden, Erfolge, Rangliste, Einstellung, hat alles nix mit den Spiels zu tun, das ist alles halt Einstellung, also oft mehr ist die Einstellung. Hier kann man was bauen, das ist schon mal nice, ich baue ja gerne, die Acht muss gebaut werden, Upgrades, Hilfe, Ok, also erstmal das in Ruhe, da vor sich hin arbeiten, wir schauen uns die Module an, Ich habe nur einen Stern, oder ein Hexfeld, keine Ahnung, wie die heißen, wie heißen die? Sternteile, Baummaterial für den Verbesserung, Modul, da fahren wir nur einen, ich braue mindestens zwei. Also geht, Modul, Modul, weiter bauen, nicht. Wir bauen mal diese kleinen Schiffe. Flotte, Flotte, verwalten, neue Flotte brauche ich nicht, Dock 0, Arbeitsschiffe, arbeiten, zwei Arbeiten, eins von zwei Arbeiten. Boosts und Kernen, kaufen und benutzen, achso das sind so, Boosts halt, Verteidigung, Ressourcen, bauen, und hier haben wir Fähigkeiten benutzen. Das ist eine Kernfähigkeit, die Kernfähigkeit, die aus den Dock startenden Flotten erhalten einen Tarn-Effekt für 11 Minuten und 10 Sekunden, Abklingzeit, einen Tag, nein, ich freue mich. Hier läuft eine 1, das ist halt, weil das Modul noch nicht in Arbeit ist. Okay, machen wir es so. Gut. Keine Lust, so viel zu lesen. Dann schauen wir hier nochmal rein. So, Belongen brauchen wir jetzt noch nicht. Prüfe Recruiten. Was muss ich erst erreichen? Nochmal. Erreiche ich zuerst den Sternen, Sternen, was? Sternen, Sternenkanone? Achso, die Sternenakademie. Muss ich erst bauen, bevor ich das machen kann. Okay, dann gehen wir also jetzt hier rauf. Benutze aber 10 Minuten. Okay, schau mal. Sternenakademie. Hier haben wir Gebäudeliste. Gebäudeliste. Achso, da steht das. Raumstation, Basishandelsposten, Basischiffswerft, Basisenergieanlage. Hier haben wir Radar, kleine Energieanlage, kleine Schiffswerft, Center für Schiffsentwürfe. Okay, Level 3, wo wir sind, haben wir Hilfeseinrichtung. Aber ich krieg hier auf Level 3 noch später andere Sachen. Akademie, das ist sie. Supi. Und das letzte. Ah, da kann ich mir sogar noch aufsuchen. Aber was wird empfohlen? Verteidigungssystem. Mittlerer Schiffswerft. Handelsposten. Da muss ich jetzt noch mal gucken. Ich habe jetzt immer nur gebaut. Ich habe nie geschaut, wie ich mein zweiter ausbauen kann. Ich habe hier jetzt ein zweimal Energie gebaut. Okay. Also mit Energie sollte ich jetzt eigentlich gut aufgestellt sein. Okay. Also mit Energie sollte ich jetzt eigentlich gut aufgestellt sein. Okay. Jetzt können wir wieder auf tägliche. Kaufen, kaufen, nein. Legionsmission schließen wir ab. Sind dabei. Abbauen sind auch dabei. Gefechte. Eins haben wir gemacht. Zwei müssen wir noch. Prüfen nach Rekruten. Also. Welchen immer? Rot, schwarz, weiß. Die hat den grünen Hintergrund. Ich würde ja erst zu der hier tendieren. Weil ich vermute, dass die, ähm. Nicht episch. Mensch. Wie heißt denn das? Seltenes. Das ist wahrscheinlich gewöhnlich. Das ist selten. Okay. Jetzt haben wir einen neuen. Wie gut? Was der macht? Keine Ahnung. Gefecht. Ah, hier steht das. Energie. Ich hab 160. Plus 160. Output maximal. Building complete. Upgrading. Building complete. Wo steht hier irgendwo eine Anzeige, wie viel Energie ich brauche? Upgrading. Building complete. Upgrading. Building complete. Upgrading. Das geht auch noch sofort. Das geht auch noch sofort. Das ist nicht sofort. Aber der geht auch bis auf Level 5. Sofort. Upgrading. Upgrading. Building complete. Upgrading. 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 Building complete. Building complete. Ich hab jetzt einmal Energie. Und das ist auch Energie. Maximal. Und auch nochmal 2. Also ich hab jetzt 4x Energie. Benötigt Forschungslabor auf 3. Raumstation. Wo ist denn Forschungslabor? Radarsens. Kleine Schiffswerft. Ich kann kein mittlerer Schiffswerft machen. Handelsposten ist auch nice. Verbraucht 160. Ne. Der produziert 160 Energie. Mineral pro Stunde 200. Das ist doch auch nice. Das ist doch auch nice. Aber Mineral habe ich eigentlich genug. Ach hier steht wie viel Energie ich verbrauche. Benötigt 56 Energie. Ok. Raumstation. rusion. 5 độ. 10 depths pياм. 1 Dusk ist sicherlich. 7. 5. Wo erkenne ich? Maximal 6 Flotten kann ich machen, aber Schiffe 6. Okay, ich muss wieder bauen. Arbeitsschiffe, brauche ich auf jeden Fall noch 4 Stück weiter. Aber warum? Das geht? Okay, kein Problem. Ich habe hier noch einen erforschen. Das ist der andere. Machen wir hier. Einmal bauen. Warum kann ich? Ich habe da nur 2 Arbeitsschiffe. Dann machen wir weiter auf Nummer 2. Erforschen. Modul habe ich mal noch einen. Oh, Maximal. Also ich habe hier zu viel Erze. Gut. Gut zu wissen. Nutzer GEC. Kann ich nicht nehmen. Trümmer Sammlung. Okay. Ich werde hier meine Flotte zurückrufen. Okay. Ach je. Raumstation. Abonnieren. Aus, es geht nicht. Ich werde hier an. Es geht nicht. Ich werde hier an. Oh, Schiffe. Ich werde hier an. Ich zerstöre alle Feinde, aber ich seh doch keine. Keine Ahnung, nochmal reingehen. Los, dann halt so, empfohlene Stärke 1200, hab ich, hab ich, verlassen, ok. Verstehe ich nicht ganz, egal, egal, egal. Dann gehen wir wieder auf tägliche, was können wir noch abschließen? Kaufen, kaufen, sind vorbei, sind vorbei. Prüferrekruten 2. Das ist wieder ein grüner. Ich kann nur einen nehmen. Ach, da muss jetzt bestimmt die Akademie weiter ausbauen. 11. Da, ich hab keine Quest abgeschlossen. 2. Ach so, warte mal. Noch in der Arbeit, oder? Ja. Der gelbe Punkt da, ja. Dieser gelbe Punkt, ich weiß nicht warum, ist wahrscheinlich die Sonne. Aber ich denke jedes Mal, dass da irgendwie was mit ist. Deswegen schaue ich da immer nach. Aber wie wollte denn jetzt der Rekruten machen? Oder? Mal prüfen, hieß das nicht. Schiffsbau, ok. Ablaufgefecht, prüfe der Rekruten. 1. 2. 3. Jetzt hab ich dreimal geprüft. Ja, noch einmal drauf drücken. Dann bin ich damit fertig. Wow. Ich wollte zu der Akademie. Akademie war... Das ist die Sternakademie. Okay. 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 Was? Zwei Stunden. Das war die Akademie. Upgraden. Geht nicht. Geht nicht. Eine Stunde, 30 Minuten. Eine Stunde. Und... 30 Minuten. Jetzt kommen wir wieder auf der Akademie. Sieben Minuten. Okay. Das geht. Das geht. Sieben Minuten. Einmal beschleunigen. Rabatt. Ach. Rabatt. Ich brauch keine Rabatt. Ich mach alles kostenlos. Upgrade. 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 Alliance help requested. Okay. Jetzt bin ich auf Akademie 2. Vermutung, dass ich jetzt einen neuen Recruit holen kann. Mal schauen, ob sich das bestätigt. gut. Ja. Erfolgreich. Perfekt. Erfolgreich. 內 Sidvey. Gut. Wir freuen uns Schie mir. Wo wir sind noch parce. W scrape noch ein bisschen noch m "' труд." asanager her. Dann machen wir jetzt mal, was die Frau da immer so schön ist da. Und was gibt es noch schönes? Ich habe ein Geschenk gekriegt. Juhu! Verbesser unser Forschungslabor. Okay, was soll ich noch machen? Wir müssen unsere Freude aufbauen, damit wir unsere Feinde besiegen können. Also, bauen wir mehr von denen hier. Und da unten bauen wir auch. Nehmen wir mal den großen, oder? Ja. Das ist cool, was der geschrieben hat. Ich freue mich darauf, mit allem befreundet zu sein. Also, er tritt in der Gehlein und sagt sofort, ja, wir sind ja in der Gehlein, wir sind Freunde. Nice, nice. Ja, Erfolge. Also, da ist nichts mehr. Das soll mir der Trummerteil vergeht viel schneller als der Sonne. Und allerdings erhältst du nichts, wenn du unterbrochen bist. Okay, wir wissen Bescheid. Dankeschön. Wieder eine tägliche Quest abgeschlossen. Ach, heute sieht es doch gut aus. Obwohl, soweit waren wir gestern auch. Bin ich bei? Bin ich bei? Gefechte. Ich möchte Gefechte haben. Ach je, hier vorne ist noch der eine. Stärke 1900. Angreifen. Ich bin schlechter. Nein. 1900. Nein. Eine andere Idee? Oh, der blinkt. Rekruturierer Akademie. Haben wir schon gemacht. Extra kaufen? 100? Nee, dann wird das ganz schon teuer. Das ist ganz schön teuer. Das habe ich hier noch schönes. Jetzt habe ich da noch 10 Sachen. Kisten. 10 mal Löffel. Okay. Fragmente. Forschung. Zu wenig. Davon habe ich 4. Ich brauche 10. Okay. Verbessere Energieanlage. Verbessere Energieanlage. Benötigt 819 Energie. Wenn er arbeitet. Okay. Also dafür auch. Also wenn man was baut. Brauchst du mehr Energie als wenn du. Eins. Zwei. Forschungslabor. Boah. Ein Griff. Warte mal wie stark waren die gewesen. Leute. Die gucken. Warte. Warte. Flucht. 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 Hm. ist aber zwei minuten das gehen okay kein problem mit zwei minuten auch noch ich wollte auf täglich gehen Trümmer sammeln muss ich auch noch mal machen Allianz spende ach das können wir ja jetzt machen spende 1.000 verfügbare Schiffe 0 dann gehe ich mal wieder hier rauf ich habe maximale Anzahl aber hier ist was Neues dazu gekommen ship construction in progress ship construction in progress ich muss auf ein Handelsschiff warten ok haben wir das mehr Schiffe bauen. Also mit den Schiffen bauen ist hier ein bisschen kompliziert, wirklich. Es war logisch, aber ein bisschen kompliziert. Du musst viele Schiffe bauen und wenn du nur hier zwei in Planung, bei denen du zwei in Planung haben kannst und bei denen drei, dann kannst du noch fünf Schiffe bauen. Ich muss jetzt hier eine Stunde warten und hier 24 Minuten, das heißt also, ich müsste in 24 Minuten wieder online kommen und dann wieder die nächsten Schiffe bauen. Angriff 700 stark, ich bin 1200, das schaffe ich. Also man kann da eigentlich nichts sagen von wegen, ich möchte hier 100 Schiffe bauen, die sollen das automatisch bauen und dann baut er die 100. Also du kannst du das anwählen, was er gerade machen kann. Aber scheiße ist das. Also ich finde das bisschen doof. Ich brauche noch einen Recruiten, juhu. Die habe ich glaube ich noch nicht. Ich habe sie ausgebildet. Upgraden. Upgraden. Ach, wir haben sie kaufen. Dann haben wir die hier. Upgraden. Oh, schade. Ich hatte nur einen. Level 6 und Level 2. Auf Level 10 sollte er einmal gehen. Auf Level 10 sollte er einmal gehen. Guck mal, wenn ich sie hier upgrade. Das kostet 1000 von denen hier. Und die kriege ich mal voll schwer. Wie heißt denn das Geld? Wie witz? Gag? Guck. Guck mal. Guck mal. Genie. Guck. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ok. In der Galaxie. Ach, Galaxie. In System falsch. Nicht Galaxie, System. In System. Ach, da stehen die. Wieder im Froschen heiß. So ein Mist. So. So. Jetzt bin ich in der Galaxie, oder? Nein. Ich muss noch einmal prüfen. Und noch einmal. Dafür muss ich jetzt noch 16 Minuten warten. Ach, Mensch. Dann schauen wir mal nach. Kaufen, kaufen machen wir nicht. Das ist in Gange. Das ist in Gange. Sogar an drei Orten. Ja. 1000, 3000, 10.000. Gefecht brauche ich noch einen. Prüfen. Allianzspende. Allianzspende geht nicht, weil ich gerade noch ernte. Prüfen. Dauert noch 16 Minuten. Dealbank kann ich nicht machen. Sammle Trümmer ein. Wo sind denn hier Trümmer? Im Gange, Gange, Gange. Ach so, gehört mit dazu. Gut. Ich bin dabei. Dann kann ich jetzt nur mal warten, bis meine Flotte einmal da ist. Und dann kann ich den letzten Angriff machen. Ist meine Flotte schon da? Okay. Zum, 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 zum. Darum haben wir alles. Verbessere Energieanlage. Rekruten. Einer auf der WC machen. Oh, mit einer Seltenheit. Komm, ich kaufe einmal. Ist ja einer selten. Ich denke nicht. Na gut. Habe ich wieder 53 bekommen. Ne, warte mal. 53 habe ich bezahlt. 93 habe ich bekommen. Trümmer sammeln. Spende geht nicht. Gefecht, Gefecht. Es geht nur Gefecht. Oh, dann nochmal 50. Ja. Einmal das alles. Und. Und. Ich muss mal auf den Dock gehen. meine Flotte betrachten. Meine Flotte betrachten. Okay. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt hier unsere Flotte verstärkt. Wir sind jetzt bei 3700. Das heißt also, wir können jetzt ja endlich mal. Endlich mal. So einen anderen Heini angreifen. Wir sind da. Und. Hier ist ein Feind. Ein böser Pirat. Der hat 700 Stärke. Den greifen wir jetzt an. Mit 3600. 3700. Na wo seid ihr? Kommt meine Freunde. Kommt her. Ja. Ja. Da kommen meine. Der Pirat ist gleich schon down. Und. Jawoll. Siegreich. Was war denn jetzt so. Ich muss mehr Schiffe bauen. Mehr Schiffe. Ja. Ich weiß doch. Ah. Ich brauch da diese. Diamanten für. Auf jeden Fall haben wir jetzt so. Unser. Dritten Sieg. Dadurch kriegen wir die eine tägliche Quest. Fertig. Nice. Dann schauen wir nochmal. Sind wir in Gange. Sind wir in Gange. Gefecht. Wurde auf 8 erhöht. Egal. Trommerteil sind wir auch in Gange. Also in Gange. Allianzspende geht nicht. Da sind wir in Gange. Nein. Da sind wir in Gange. Das ist. Das ist. Einfach mal. Ach. Ich brauch nur noch einen. Boah. Scheiße. Scheiße. Und dann machen wir jetzt so. Angriff. Angriff. Ja. Der 1.900. Kein Problem. Wir haben nämlich 3.600. Und wir werden die mal kurz plätten. Das dauert noch eine Minute. Also wir sind 3. Ich brauch nur 5 Siege. Schauen wir uns das grenzt an. Weil das wird bisschen schwieriger jetzt. Wie gesagt. Der hat 1.900 Stärke. Und ich hab 3.600 war das. Da sind wir. Und los geht's. Oh. halbisschen von ihnen weg ok siegt so geht es oft zurück oh ne ich schaffe ihn nicht dann sieht das auch als Kampf ich hoffe mal eine Minute dreißig dann machen wir mal den Eingang kontrollieren alle löschen ok 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 Darf ich da hin, da sollen sie stärken? Weil hätte ich mal in den Untergang geschickt, 1900, die kann ich angreifen. Naja, egal. So, ich werde gleich noch zu Ende kämpfen, werde mir die letzte Truhe abholen. Das wird jetzt wahrscheinlich noch ein paar Minuten dauern. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Oh, ich kann die Truhe jetzt auch schon abholen. Gut. Okay, auch gleichseitig noch Allianzspende machen. Ein Schiff. Wie viel muss ich wegschicken? Ach komm, schicken wir 8200. Spenden, okay. Okay. Haben wir das also auch schon. Wenn wir nur noch was denn laufen ist. Das abbauen. Da sind hier noch 2 Schiffel dran. Gefechte, wer noch 8. Spende. Jetzt muss ich noch 3 mal spenden. Na gut. Hätte ich mir auch denken können. Dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Und ja. Beenden wir das Spiel. Okay. Holen uns das Ticket ab. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.